In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man sehr schnell eine Ebene von der Koordinatenform in die normalen Form oder Parameterform umformen kann. Bevor wir uns die Umformungen anhand von Beispielaufgaben anschauen werden, will ich eine kurze Übersicht über die drei Ebenengleichungen oder Ebenenformen geben. Als erstes die Parameterform. Vom Aufbau her, neben dem allgemeinen Vektor x und dieser Parameter t und s, gibt es natürlich ein Vektor p, das ist der sogenannte Stützvektor, und zwei Vektoren u und v, das sind die Richtungs- oder Spannvektoren der Ebene. Als nächstes die normalen Form, die natürlich auch einen Stützvektor p besitzt und ebenfalls einen Normalvektor. Zur Erinnerung, der Normalvektor steht immer orthogonal zu der Ebene. Und als letztes die Koordinatenform, wo wir diesen Normalvektor ebenfalls sehr einfach ablesen können. Das sind genau die Koeffizienten für x1, x2 und x3. Also das sind die Koordinaten des Normalvektors. Also wir erkennen, in den letzten zwei Formen steht immer der Normalvektor drin. Und wie bereits am Anfang gesagt, in diesem Tutorial werden wir uns nur um die Umformung von Koordinatenform in die normalen Form, beziehungsweise von Koordinatenform in die Parameterform kümmern. Wenn ihr noch andere Umformungen sucht, die findet ihr bei diesem Video im Abspann. Und schon sind wir bei der Beispielaufgabe. Als erstes wollen wir diese Ebene von der Koordinatengleichung in die normalen Gleichungen in der normalen Form bringen. Und zur Erinnerung, hier rechts abgebildet, dafür brauchen wir in erster Reihe einen Stütz und danach einen Normalvektor. Fangen wir mit der einfacheren Sache an, und zwar dieser Normalvektor, den wir brauchen. Das sind genau die Koeffizienten für x1, x2 und x3. Und deshalb schreiben wir ihn hier auch an der Stelle raus. Vektor n hat die Koordinaten 2, 2 und minus 6. Und zusätzlich brauchen wir noch einen Punkt, was in dieser Ebene liegt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man da vorgehen kann. In erster Reihe kann man passende Zahlen hier für x1, x2 und x3 suchen, sodass die 4 hinten rauskommt. Aber das ist ein bisschen mühselig. Deshalb gibt es auch eine schnellere und bessere Taktik. Man bestimmt einfach einer dieser Spurpunkte. Zur Erinnerung, die Spurpunkte sind die Schnittpunkte mit der Koordinatenachsen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt den Schnittpunkt mit der x1-Achse suchen, dann können wir für x2 und x3 0 setzen oder 0 wählen. Und dadurch haben wir nur noch 2x1 sind gleich 4. Natürlich können wir nach x1 umformen, denn wir durch 2 teilen. Somit ist x1 gleich 2. Das bedeutet, der Spurpunkt oder der Schnittpunkt mit der x1-Achse, ich bezeichne ihn jetzt als S1, hat die Koordinaten 2, 0 und 0. Und mit diesem Punkt und dem Normalvektor können wir natürlich eine normale Form aufstellen. Und zwar Ebene I. In der normalen Form hätte dann folgende Gleichung. Vektor x minus, das ist der Ortsvektor von S1, was jetzt kommt, 2, 0, 0. Mal unser Normalvektor 2, 2, minus 6. Und das Ganze ergibt natürlich 0. Nachdem wir jetzt gesehen haben, wie schnell und einfach man von einer Koordinatengleichung in einer normalen Gleichung umformen kann, schauen wir uns noch die letzte Umformung, und zwar von der Koordinatengleichung in die Parametergleichung oder Parameterform. Dafür nehmen wir wieder die Ebene von oben. Und zur Erinnerung, eine Ebene in Parameterform sieht wie rechts abgebildet aus, also wir brauchen einen Stütz und zwei Richtungsvektoren. Allerdings ist unsere größte Sorge, erstmal diesen Parameter S und T irgendwo her zu zaubern. Und dafür benennen wir einfach in unserer Gleichung 2 unserer Xer mit S und T. Ich entscheide mich jetzt für x2 und x3. Das bedeutet, x2 ist ab jetzt S und x3 ist T. Natürlich mit S und T Element von R. Man muss ja irgendwie diese Parameter definieren. Und diese Werte für x2 und x3 können wir oben einsetzen, in unserer Gleichung nach X1 umformen. Das bedeutet, 2x1 plus 2s minus 6t sind gleich 4. Natürlich schieben wir die S und die T auf die andere Seite mit minus 2s, beziehungsweise plus 6t. Somit ist x1 oder 2x1 gleich 4 minus 2s plus 6t. Und die 2 vor der x1 muss auch noch weg, deshalb geteilt durch 2, damit x1 ist dann 2 minus S plus 3t. An dieser Stelle kann ich behaupten, dass wir so gut wie fertig sind. Wir müssen nur diese Lösung sauber untereinander schreiben. Damit meine ich x1 ist dann 2 minus S plus 3t. x2 wäre dann S und das meine ich mit sauber untereinander schreiben, Parameter unter Parameter und Zahlen unter Zahlen. Entsprechend dann x3 ist gleich T. Und das, was wir an dieser Stelle erkennen sollten, ist die zerlegte Form oder zerlegte Parameterform einer Ebene. Sollte dort, wo Lücken vorhanden sind, können wir sie sinnvoll mit Zahlen auffüllen. Hier, wo nichts steht, kommt natürlich Nuller. Hier steht eine Minus 1, hier eine 1 vor dem S und hier steht gar nichts, also wieder 0. Dann 3, Null und 1. Und später sind jetzt, glaube ich, gut erkennbar am Anfang der Stützvektor und dann die zwei Richtungsvektoren. Und die Ebene in der sauberen Form würde dann wie folgt aussehen. Also E, Doppelpunkt, Vektor x ist gleich. 2, Null, Null ist unser Stützvektor. Dann plus S mal minus 1, 1 und 0. Und plus T mal 3, Null und 1. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Es gibt auch ebenen Koordinatenform, die nicht alle drei x-Koordinaten beinhalten. Zum Beispiel, es kann auch sein, dass die x3-Koordinate komplett fehlt. Auch in diesem Fall ist es notwendig, trotzdem für x3, auch wenn es fehlt, ein Parameter zu wählen. Sonst geht die Rechnung nicht auf. Also achtet auf diese Sonderfälle. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Im Zusammenhang mit diesem Tutorial gibt es natürlich noch andere Richtungen, die man umformen kann. Zum Beispiel auch von Parametern in der normalen oder Koordinatenform. Sowie alternative Lösungswege, zum Beispiel mit Hilfe des Skalarprodukts, aber auch ohne Skalarprodukt, wie man wieder von der einen in die andere Form umformen kann. Wenn ihr noch Bedarf habt, im Abspann findet ihr weitere Tutorials. zu sehen, oder damit's glaube ich mal mit dem? Ich hoffe,